Uhu, hier wieder beim Koali und so eine Runde Baldur's Gate 3. Wir haben immer noch nicht genug Geld, um unseren Gefährten wiederzubeleben. Wir wollten in unsere zwei Reisetruhen reingucken. Das ist die neue. Ist nix drin. So, aber hier wollen wir uns in den alten Hammer wiederholen. Haben wir den überhaupt hier drin? Hier. Äh, Ausrüstung. So, und dann müsste der ein, der andere hier sein. So. Alles klar. Sieht gut aus. Was haben wir hier noch? Ah ja, zum Werfen, magisches Geschoss und so Zeug. Ja, 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 ja. So. Das heißt, wir können jetzt unseren Bonus auch aufs Laufen nicht hinbekommen. Geben wir das irgendjemandem, das Omulett. was hat sie gerade? tanzende lichter. ja die kann in bärform eh nichts machen. strahl der furcht. packen wir mal ins lager. ach so das ist die. und auch ins lager. und auch ins lager. so können ins lager. und sie hat hier die beiden bestandteile. erinnerungssplitter. akane kunde mit unserem barbaren. ja ich konzentriere mich mal aufs leuchten. du fühlst, dass du deine conscienz streckst. rechst raus. und rechst, als ob es ein barehändes Schlag war. deine ist nicht die minde, die es erwartet hatte. ouch. ouch. durchnehmen, bevor wir jetzt hier gleich wieder verschwinden. ähm. lager verlassen. soo. ähm. da explodiert es immer weiter und immer weiter und immer weiter. ähm. 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 woom woom woom. never a dull moment. soo. Augen zu durch. woom 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 woom. 水. und die fl 휴식t. hier ist auch noch weg. Entfernen. Suite. mit der flie. die flie. die flie. Die flie. ich bin. Geil. Das genauso wollten wir das, ne? Hier, zack, zack. So muss das sein. Einfach mal durch die Feuer durchlaufen. Anstatt irgendwie auszweichen oder so. Das ist hier der Krille. Grund-basierter Modus. Ein Landhai. Hallo, Mr. Landhai. Da unten ist er. Guckuck. Guckuck. So. So. Hier. Ähm. Feuer. Dreck mal ein Crit. So muss das sein. Raserei machen wir noch nicht. Ich finde ja, der Landhai hat ein bisschen Blitze verdient. Was? Hm. Der ist sowieso ein Vorteil. Das heißt, der kann... ... ein bisschen machen. ... ein bisschen machen. Bäms. Bäms. Und Bäms. Heelschlag. Meine Güte. Ja, ja, ist alles klar. Das heißt, der ist alles klar. So. So. Brauchen wir die überhaupt? Nee. Brauchen wir nicht. Ich glaube... Time to push my luck again. Minus 6. So. Jetzt hier. Bäms. Und Bäms. Easy Landhai. Er hält der Träger Zorn. Plus 1 Schaden. Nur in der Kampfwaffe. Ja. Rüstungsklasse 10, ne? So, ich sag euch was. Wir haben jetzt hier Rüstungsklasse 15. Plus 2 durch die Geschicklichkeit. Die plus 2 bleiben auf jeden Fall. Das heißt, wir hatten 12 mit dieser Rüstung. Und könnten das noch hochziehen bis 14. Mit diesen Handschuhen, die wir haben. Aber es ist auch 14 und nicht 17, ne? Der eine Schaden mehr macht's da da, glaube ich, nicht. So, was haben wir denn hier alles? Wir kamen hier... Bildung der Gläubigen. Rüstungskriechel. Truhe. Ja, Starion nochmal. Easy peasy lemon speasy. Schlagende Draw-Würstung. Plus 1 auf Heimlichkeit. Ja, ist nicht so gut wie das, was wir bisher schon haben. Die ist besser. Was macht das Gerippe? Immer mitnehmen, alles klar. Ja, komm, den Rest lassen wir hier. Gute Sack, können wir nochmal reingucken. Nichts drin, perfekt. All's well, the dance. Not as bad as it could have. Oh, welcome rest. Go. So, können wir gleich schon wieder eine lange Rast machen. So, ich glaube, das ist das hier nochmal mal besser kaputt. Oh, es gibt noch mehr Raum. Niemand weiß es. Ein toter Draw. Was hat er denn hier geschrieben? Da war wieder einer grüßenwahnsinnig. Das ist gut. Mal da hoch. Ja, Mann. Spannend. Da sind Sachen mal da, mal nicht da. Okay. Ah, ja. Ah, ja. Da. Some of these mushrooms are illusions. Okay. 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 Spannend! Pilzring. Schädel und eine Fackel. So, was ist mit den anderen? Wir sind natürlich jetzt alle nicht so geil im Springen, muss man ja mal dazu sagen. Zu hoch. Tja, die schaffen das nicht, egal ach. Schaffst du das auch nicht? Wie zur Hölle hat das denn hier der Charakterbogen? Du hast auch nur eine Stärke 8. Wallach hat sogar Stärke 10. Schattenherz auch. Wie ist denn Eder hochgekommen? Hm. 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 Wie kriege ich das jetzt noch hin? Also er hat ja diesen Sprungzauberding, mit dem könnte ich das machen. Den kann er einmal kurz zu rasten machen. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? nur auf sich machen. Was kann ich kommen? Deine Sprungreichwerte. Tja, 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 tja. Dann machen wir das mal so. Wir geben mal... Ich hoffe, das reicht dann auch. Die... Wo ist es denn? Wo gibt es ein Öl? Hier. Stapelteilen. Eins an dich. Eins an dich. So. Und... So, jetzt müssten die... So, jetzt kommst du nach oben. Perfekt. So, sehen wir. No time to dalli. Aber ich verstehe nicht, wie Astarion da hochgekommen ist. Vielleicht dann einfach, weil er ein Rogue ist. Und das allgemein besser kann. Aber... So. Mal speichern. Einfach mal alles verbrauchen hier. Braucht man nicht. So. Dann gucken wir uns nochmal den Pilzringer. Okay, der teleportiert noch hier unten. Oder nach oben. Oh, geil. On my way. Was soll die ganz zupack? Ich wünschte, ich hätte einen Berg von Haunting. Okay, also ich kann mich jetzt von da nach da teleportieren. Aber es bringt jetzt irgendwie... Nicht so viel, habe ich das Gefühl. Hier geht's nicht weiter. Und hier ist ein Loch. Aber nicht entdeckt. Oh, eine Illusion. Oha. Spannend. Das habe ich auch so noch nie entdeckt. Mit anderen Durchläufen. Sehr, sehr spannend. So, und hier ist noch ein Pilzkreis. Wo führt der denn hin? Aha. Ganzes Hühnchen. Eine Schweine-Linde. Schädel. Ganz viele. Das sieht auch schon wieder hier wie eine Illusion aus, hier. Weil die... hat nicht mehr. Hmm. Hmm. Also ich glaube hier... Können wir dagegen hauen? Zähigkeit... Hier ist es mit Feuer... Hm... Das war mit Alex... Schlossknacken unmöglich? Ich habe viel auf meinem Geist... Und ich bin... in es... Hm... Tja... Irgendwie... Einwürdiges Ziel... Da drüben darf ich dich rüberspringen... Schleiert bleiben braucht man nicht... Hier geht es auch nirgendwo runter... Also das hier sieht aus... Das... Das klippt auch schon so... Guck... Hier geht es weiter... Die Frage ist nur... Wie kommen wir da durch? Hm... Also dagegen hauen bringt jetzt doch auch nicht zu viel, ne? Dann... Dann... Hm... ... Hmm... Die haben sich in den Boden graben. Hier, Mama. Wie man da drunter graben kann. Ich gehe in den Platz. Hier kommt er sofort wieder raus. Ne. Ne, ne, ne. Hm. Ich würde sagen, wir müssen hier nochmal in den Lager. Habe ich die komischen Masken vertickt, die wir für den Rack hatten? Oder habe ich die noch im Lager? Weil die konnte man nutzen, um durch die andere, durch das andere Ding durchzukommen. Aber ich glaube, hier sind sie alle nicht mehr. Können wir davon eine mitnehmen? Gucken, ob das die Magie wegmacht. Wenn ich hier so einen Teil hinlebe. Ah, ist schon verwegt. Na, schade. Wieder als Lager. Hm. Zack, einmal Tag beenden. Rast. Rüppchen. Rüppchen. Es scheint, die perfekte Nacht, um ein bisschen Zeit zusammen zu spenden. Nur dich und ich. Assuming, dass du deine Meinung nicht verändern hast, natürlich. Hm, ne, ich bin ja jetzt hier mit Karlak verbundet. Oh, ein Piddy. Ich habe mich nicht mehr auf Beauty's sleep, um zu warten auf dich zu warten. Good night. Good night. So. Always macht mein Leben besser. Oh, hi. Hmm. Sad. I couldn't let myself feel sad in the Hells. Letting my guard down would have been a death sentence. And letting, say, a cambian near me would have been disastrous. I thought it best to just to keep my distance. But loneliness that deep gets into the marrow. klingt gut ja und traurig ich glaube wir machen mal eine pause und beim nächsten mal versuchen wir mal durch diese komische tüte durchzukommen wenn wir das denn irgendwie schaffen sollte